Brad Pitt und Angelina Jolie sind in Los Angeles gelandet und ihr Junge war mit im Schlepptau. Er wird schneller groß, als man denkt. Maddox ist der Adoptivsohn und der älteste von dem Clan. Er kommt ursprünglich aus Kambodscha. Angelina hat eine Tätowierung auf ihrem Rücken. Angeblich ist es eine buddhistische Zauberformel, die auf der Sprache aus Kambodscha geschrieben ist. Offenbar beschützt sie ihn vom Pech. Sicherlich kann er das schon selbst lesen, wenn er nah genug an seiner Mutter steht. Die drei sind von London gekommen, dort waren sie auf der BAFTA und sie trugen Anzüge.